Und damit willkommen zurück zu The Invincible! In der letzten Episode haben wir ja die Basis hier von der Allianz durchsucht, aber nicht wirklich was interessantes gefunden, außer dass zwei Konvois unterwegs sind und eine Richtung Gorski, wo vermutlich das Auto herkommt und wir folgen jetzt mal den anderen. Inzwischen hat man sie finden. Das wird bestimmt eine tolle Begegnung. Okay, Auffahrtsimulator. Wir fahren auch mal dahin, wo dieses Kraftfeld gewesen ist. Wenn ich da überhaupt irgendwie hinfahren kann, würde man sagen irgendwie da lang. Ja, der sieht doch gar nicht so schlecht. Oh, scheiße, da ist noch so ein Teil. Ich weiß jetzt nach wie vor nicht, ob das so gut war, dass wir das Ding da abgeschalten haben. Jetzt einfach mal da lang. Sehr süß, dass die ganze Basis leer ist. Und der Roboter einfach aufgehört hat. Um, I guess... Links? Oh... Warum haben die da so einen riesen Bagger hingestellt? Was? Haben die hier abgebaut? Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of... no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Ah, well for me it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Such giants are very practical. I would even say that the large... Ich möchte davon mal kurz ein Foto machen. Äh, so. Ich möchte mal zu den Dingen hier hin. Ich weiß nicht, ob da jetzt final jemand Hallo sagt. Oh, geht's aber auch. Sieht, welcher ist das andere. Was ist denn hier? Ping? Wait. Ah, wie geil! Ein Spiel im Spiel. Okay. Ja, warum auch nicht? Hm, ob es ein Easter Egg gibt, wenn wir gewinnen? Oder ob ich überhaupt gewinnen kann? Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Ping. Okay, wird immer schneller. vom KI. Verlier. Okay. Schon mal bei 8. Oh, jetzt zieht's aber an. Ich spiel noch. Okay. Läuft. Nice. Komm, KI, du musst uns mal verlieren. Uh, das war knapp. Hahaha. Nice. Holy shit. Jetzt wird's echt schnell. Nice. Oh, die KI cheatet doch. Fuck. Kann ich da machen? Nix. Okay. Cool. Das haben wir im zweiten Modul. Das ganze Felsenzeug hier. Even if I make a few stops, it won't take long. Okay, die haben... Was war das denn jetzt? Mit dieser riesen Maschine... ...kommt ihr das einfach so abbauen? Verlängst noch die Einzelteile. Ja, ich würde mal sagen... Grabe. Es gibt auch ein paar kleinere Kräne hier. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Ja, they like it. They have big machines. Bigger than ours. Interessant. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. Oh. 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 Struktures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal? Yes. But these are completely hidden underground. Okay. Ich glaube, davon will ich nochmal ein Foto machen. Ähm... Ja. Okay. Ja, I guess... Kann ich da ran? Jo, da geht's ein bisschen runter. Oh, was sind wir da an? Also das ist irgendwas anderes als wie das hier. Hm. Hm. Na gut. Zurück ins Auto. Also. Das ist da. Alles gut. Wir tun noch ein bisschen sprinten. Aufroad sim. Und dann würde ich da hinten weiter rauf fahren. Wenn ich stecke. Ja. Alles okay? Ja. 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 Ich brauche nur einen Moment, um zu denken. Als nächstes du etwas findest. Ich reporte es. Ich habe doch gerade was gefunden. Reicht das nicht? Ja, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Also der Tacho geht bis 80, aber da kommen wir nicht mal ansatzweise hin. Also eigentlich bis 100, aber davon aus 80 fährt man dann halt. Der Tacho zeigt ja immer mehr an, als wie man eigentlich fahren kann. In den meisten Fällen. Da hast du mal einen Supersportwagen. Ich finde solche Tachos eh viel schöner, als wie komplett digitaler Anzeige. Irgendwie. Beobachtungspunkt. Ja gut, dann bleiben wir hier mal stehen und steigen mal aus. So. Mal schauen, was wir hier sehen. Ne, komm. Wieso konnte ich... Geht's rauf hier? Ja. Also ich sehe jetzt hier nicht sehr viel Zielort des Konvois. Ja, du wolltest... Nein. Nein, nein. Ich glaube nicht. Ich denke immer noch, dass wir da müssen. Aber sie sind nicht auf der Basis. Sie müssen irgendwo, verdammt. Also, was ist in deinem Geist? Äh, Nebenfahrt. Ja, machen wir das mal. Aber mit dem Auto, oder? Ah. Okay. Boah, sie kann nicht mal ein bisschen runterspringen. So. Was geht's? Hallo? Ah, jetzt. So. Gut. Wie kommen wir auf diesen Nebenpfad? Vorne vielleicht? Wieso? Ja, da hinten. Geht er bestimmt nicht zu Fuß. Komm. Auto. Fahr da hoch. Na, sag mir jetzt nicht da. Und sichtbar die Wand. Mann. Das ist doch gemein. Na gut. Bis auf den... Ich gehe nicht mehr. Vorerst. Aber bis jetzt war es ja gar nicht so schlimm, bis auf den Anti-Matter. Ich habe immer mehr Fragen, als wir answarten. Ist das der Weg zu gehen? Ja. Okay. Ich habe das noch nicht mehr. Um. 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 Tja, ich glaube, wir hätten die Trudelbombmaschinen gefunden und eine ist am Arsch. Oh, da hat es Panela hier. Ja, eine Person. Ähm, ja, irgendwie schon. Der andere ist irgendwo da hinten. Oh, noch einer. Was ist mit euch passiert? Äh. Okay. Das sieht aber so aus, als hätten sie sich gegenseitig angegriffen. Ah, Abdeckung des Recorders. Okay. Ich komme in den Antimats-Recorder. Okay. Also sie alle zusammen. Moment, da war noch was anderes. Gehen aber jetzt zurück. Hier. Oh, da ist die NS-Zeit, die wir vorher gesehen haben. Irgendwas fliegt hier. Ach, da oben. Und da haben sie dann den Tunnel gemacht. Ja, schön ein bisschen. Das sind echt viele Rönen. Aber dann haben sie wieder eingepackt. Hier. Aufruhr. 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 Wir haben die Sporen wieder. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Jasna. You need to rest. Ja, wir sollten hier nicht sein. No. I'm better now. Ja, das sind hier überall da Metallbüche. Ja, die Büche da. Ja, die Büche, ja. Die sind voll mit Metallbüchen. Die gleiche als die, die vorhin waren. Es scheint, dass dieses Robot startet eine Aufgabe und dann in eine Lübe getroffen wurde. Welche Aufgabe? Eben Kreislauf, um so wie es aussieht. Es hat einen genommen, aber es hat nie geblieben. Warum denkst du, dass es entstanden ist? Es geht in Zirkeln, um den gleichen Weg zu nutzen. Also, die Faust-büchen sind sehr trocken. Kann man ihn irgendwie anhalten? Ja, okay, der bleibt nicht mehr still für mich. Könnte ich nicht anhalten, ne? Nee, der packt mich weg. Hat es hier irgendwas, was ich kriegen kann? I guess not. Okay, wo sind wir hier? Das ist ein Teil offen. Soll ich weiter... Was sagt denn, du suche den Standort? Ja, ist doch das Suchen hier weiter reingehen. Was bestimmt gesund ist. Äh, was sehen wir? Oh, da ist noch irgendwas anderes. Metallwand. Und mehr Leichen. Hallo? Hallo? An wen? Gut, aber der scheint nicht vom Estromet getötet worden zu sein. Habe ich hier irgendwas übersehen? Oh, da ist noch was. Gut so. Ja. Ja. Und ich wüsste, wie ich da hinkomme. Ja, also... Äh, ich komme da nicht runter. Dann werde ich den Detektor benutzen. Ähm. Ah, ach so. Stimmt ja. Perfekt. Alles matcht. Es ist Metall rundherum. Und die Büsse haben eine direkte Verbindung mit dem gesamten System. Oh, das ist so ähnlich. Ja, schaut mal. Oh, schaut mal, wie riesig. Oh, ja. Huh. Oder vielleicht... Es sieht aus wie zwei Generationen. Einer, alt, tot, ein Relic. Einer, diese Büsse... ... haben in den Räumen der früheren Generation. Hm? Interessant. Ja, und macht uns verrückt. Und wir können uns ausgerufen. Und du sagst das als Biologer? Hast du nicht gehört, dass du Zellen, Membranen, Organs oder Green-Bodies? Das führt mich zu einer Konklusion. Das Ding ist nicht alive, Doktor. Na ja, live Filme sind hier vorne, das hat meine eigenen Bilden oder so. Pasifikationen. Ja, Sir. Du abandonnest deine Profession? Was hast du gelernt, hast du herausgefunden, hast du herausgefunden? Ich bin nur... ... öpening auf das Unknowledge. Na ja, mein Kollege, mit... Shit! Ich kann es nicht mehr anhalten. Ähm... Jetzt geht er ja doch raus. Komm Jasna, du schaffst das. Kann... Ne, ich kann mich gerade bewegen. Der Robot hat ausgerufen. Du musst seinen Lübchen verbrochen. Ich habe es nicht. Nein, du musst etwas gemacht haben. Keine Ahnung. Wir versuchen es zu befinden. Erstens. Geh raus aus da jetzt. Ich habe den Robot gefunden. Ich habe nicht weit gefunden. Ich habe nicht weit gefunden. Bitte folgt ihn. Ja, ein Schweih. So, drüber ihm. Alter, das ist doch... Ach du Scheiße. Was ist das? Ähm... Ähm... Was ist das? So far? The probe won't come this time. Jasna, stay calm. It won't come. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't... You can't... I failed you. So... So fucking sorry. I... 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 How did I survive? Wait... You said you had a choice. Was für eine Wahl? Yes. You're alive. Und... Warum... Ich... And the Antirac... Und... He decided not to shoot me, after all. He decided not to shoot me after all. Please continue, Sir. I'm sorry. I'm waiting. I'm waiting. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Okay. Yes, I fully agree, but then... It seemed... This could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. Okay, was sehen wir hier? Hm, ja. Ja, sehr gut, die Frage. Dieser gute Roboter. Stimmt ja, da ist er noch was rumgeflogen. Ich finde den Rover, äh, den habe ich schon gefunden. Aber da konnte ich nicht hin. Äh, also ich kann jetzt, seriously? Ähm, wo könnte ich sonst noch hin? Was ist das Loch da durch? Ah, neuer Durchgang. Aber ich kann da nicht rein. Jo, warte mal, was ist hier? Da ist jemand drin. Wollte ich da wirklich nicht rein? Hey, da war doch jetzt gerade das Notizsymbol. Jetzt. Warte mal. Ja, schlägt auch an. Äh, der sieht nicht so aus, als ob wir mit dem noch fahren... Was zum Teufel ist da drauf? Sind die Büsche da, was wir die ganze Zeit gesehen haben? Und durch was bist du gestorben? Äh, mal schauen. Oh, da ist ein Schlüssel. Haha, wohl wahr. So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla care. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7.15am. We arrived. Huh. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. Huh, there's more. Base, come in. Hello, convoy. Antka, come in. Are you there? Yes. Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't. Hmm, gets tense. Leave the material behind and return to the base. Huh. But, why? What happened? Scout came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately, that's an order. Last save recording. Okay. Amazing. Microbots grouping and flying together. Similar, similar to flies. What? Capable of affecting other machines. Even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out. Partially, at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field. The field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above-average values. Now, at first I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out, that field damaged them. So, all the malfunctions are cared afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harm. Also, hat sich gar nicht immer so unrecht, ganz am Anfang. Usually, it concerns the long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunction. It may even lead to the arrest of vital organs. So, that's how. Merit. Und die anderen hier. Also, ist das kein Alien... Ja gut, das vermute ich schon einen, aber es sind Roboter. Another known effects of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally. But the human being is such as helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't... they won't remember anything. Even language. Their past, our voyages together. Let's face it. This new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children. Walking Curiosities, Oddities, Lab Rats. All that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. We worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. Okay, also die Dinger greifen uns an. Ich war gar nicht... ...falsch. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like, from bullets? No. It looks like it's been corroded by strong acid. The door to the cargo bay has barred a little, but it won't open fully. Und da sind Personen drin. Ähm. Ich glaube, ich will hier auch gar nicht rein. Ja, was haben wir hier? Was? Ist das eine gute Idee? Okay, die haben die Proben da mit einem zerstörten Behälter. Und eine Leiche. Hmm, ja. Ja. I see we're getting back to biological analogies, according to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Hmm, I guess, this thing läuft noch. With an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuos. Evolutiolus. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? Hmm. When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate. Form bushes, absorb raw material. And they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of. Macht aber so irgendwie am meisten Sinn bis jetzt. Okay, ähm. Transporter. The second Transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. Oh. It certainly looks better. The cargo may be intact then. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. Soll heißen, hier drin sind noch Personen? We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. There are powerful emitters in the center. Similar to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Well, so a little bit. Yeah. Then you are looking at the top of the energobots. Look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Yeah. Ähm. The point is. We come. I know how to get inside. Under this field. I won't have to. There's already an entrance. Okay. I just need to get to it. Mal. Da hinten. Und die nächste Leiche. Okay, okay. Dann müssen wir es jetzt mal... Oder vermuten wir mal, mit was wir es jetzt hier eigentlich zu tun haben. Aber eigentlich wäre es nicht so schlecht für mich, auch so ein Kraftfeldteil haben. Oder da drin bleiben. Wo wir dann geschützt sind. Aber wenn die Personen jetzt in dem Kraftfeld auch tot sind, dann habe ich Fragen. Andererseits sehr gut. Wenn er beladen ist, dann ist quasi der Gegner ja schon innen drin. Dann bringt das Kraftfeld nicht mehr sehr viel. Oh, Sonde! Oh, Sonde! Oh, Sonde! Oh, nächste Leiche. Aber eins macht hier nicht Sinn. Das Tier ist der Fels so abgeschnitten. Aber hier runter geht es dann nicht. Äh, also... Äh. 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 Ich kann das ganze Ding anfahren. Okay. Ich kann da nicht rauf. Hello? Oh, ich wollte jetzt... Ja. Da hinten. Ja, es ist hier. Es ist bestimmt unglaublich gesund in der Nähe von dem Teil zu stehen. Während es so aktiv ist. Oh, da ist eine Tür. Und ich kann reingehen. Ne? Es ist aber auch keiner hier, ne? Und da ist jemand. Oh, da schaut's mal, wie der aussieht. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Ich weiß, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass ich nicht so viel zu tun habe. Ich weiß, dass ich nicht so viel zu tun habe. Es ist mehr als das. Ich beginne zu verstehen, die Gefahr sie fühlen, in der finalen Moment. Und sie werden lefte zu fendern für sich selbst. Und das Bild ist nicht mehr ein Problem. Ja, ich kann das tun. 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 Ist es gut, dass wir hier drin sind? Was genau soll ich jetzt hier machen? Verstehe nicht so ganz, was ich hier machen soll. Geh mal wieder raus. Sondi. Oh, warte mal. Ist der wieder am Reakt? Ist noch was anderes. Ah, Leiche. Ansonsten. Sondi? Was macht das Geräusch? Und der andere Punkt ist die andere Leiche, ne? Ja. Okay. Probieren wir das mit dem Ding hier nochmal. Beziehungsweise. Ich mache jetzt erstmal ein Foto hier. Geben sie im Hintergrund. Ja. Okay. Einsteigen. Okay. Und warum ist die so wichtig? Okay, da haben wir sogar eine Drohne. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm. Ja. Ja. Ja, finde ich auch. Nee, ich glaube, sie hat schon recht. Das war nicht das erste Mal, dass sowas in vielen Momenten passiert. Ja, nee, das ist hier falsch. Okay, ich würde aber sagen, das machen wir nicht mehr in dieser Episode, sondern in der nächsten, wo wir da mit diesem geilen Gefährt hier rumfahren werden. Also ich hoffe es zumindest. Aber die Fliegendinger, da halte ich für eine ganz schlechte Idee, dass wir das mitnehmen. Das lassen wir nicht überdauern. Ich meine, der andere bei der Aufzeichnung hat ja auch gesagt, die sollen die Sachen ja dalassen und nicht mitnehmen. So ein bisschen der Gedankengang. Ich hoffe, dass es gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald in der nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.